Okay, sollen wir im 13.00 spielen? Ja, ärgerlich, dass wir zwei Punkte liegen haben. Schön, dass wir einen Punkt geholt haben. Aber die entscheidenden Spiele kommen jetzt. Das ist für uns wichtig. Noch eine kurze Frage zum Gegentor. Wie hast du uns gesehen? Markus, ich weiß nicht, wo er hinköpfen wollte. Er hat mich geköpft, glaube ich. Ganz falsch, aber es passiert einfach so für ihn. Ich sage eigentlich, dass es für uns passiert ist. Alles klar, danke.